Warum müssen die denn immer so schwitzen, wenn Triple ist? Alter, ich versteh das nicht. Ja, um Max-Level zu erreichen. Der ist ja offensichtlich noch nicht Max-Level, oder? Ach komm, jetzt habt ihr nicht noch irgendeinen Lone-Character? Jetzt ist halt noch mal einer rausgegangen, der denn da ist doch dämlich. Was geht denn los? Ich hab auch das Gefühl, dass relativ viele Trottel dieses Spiel spielen. Ja, so oft bin ich auch in so Teams, die einfach gar nichts peilen, Alter. Und auch gegen so Teams, Alter, das ist manchmal richtig schlimm. Ich bin tot, ich lege mit anderen. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Fuck it, dann schwitze ich halt auch. Man, ich will eigentlich nur meine Charakter leveln, aber immer gibt's nur Schwitzer, die mir keine Wahl lassen. Du bist irgendwie nicht so schön auf. 25er an, oder? Weißt du. Ja schon. Nein, doch, ich muss sie übertreiben. Geht's! Get to work! Dirty tactics. Pay off for the dark side. Vielen Dank. Jo, ich bin tot. Auseinandergenommen. I am not so easy to see today. The Ranging Rant is on a Kylo screen. We're wasting your time. Consider this patience for all the Jedi's murders. What? Was? Alter, jo. Ein bisschen übertrieben, oder? Ich hab sie tot. Ich hab sie tot. Deswegen haben wir diesen komischen Rush-Kann zu sehen, aber früher den Linken. Ich hab sie tot. Ich hab sie tot. Ich hab sie tot. Ich hab sie tot. Was ist das? Bitte? Nostmage? Granaten nicht. Nein, Schick. Kommt hier aber da ist auch jeder da Ach komm! Ach komm, Alter Ich nehme das Ah! Begratful for my mercy Ach komm, Alter Ich komm nicht klar, Alter Ich bin sicher, Alter Ich bin sicher, Alter Ich bin sicher, Alter Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 So... So... Keep watch for reinforcements. Das war's für heute. Nein, einfach nicht. Schnell genug, der Boi. Ah! Oha, Alter. Oha! das ist eine runde unglaublich steht mir hier noch die show